Meine lieben, lieben Cowboys und Cowgirls, hier hat sie ja letztes Mal ganz schön gerumbelt und gerambelt und hast sie nicht gesehen und wir haben Indianer erschossen und war ganz schrecklich und ich gehe jetzt hier mal weiter, wir müssen jetzt irgendwie gucken, da haben wir die Gewehre hier klar gemacht, oh da kommt ein Checkpoint, schön, äh, oh, haben die diesen Wagen geklaut? Ja, diesem Chur, was traue ich nicht weiter, als ich pinkeln kann, äh, das ist, äh, das müssen wir jetzt hier, Pferde, Pferde, klar machen, oder was? Na, Pender, ich, naja, ich würde dir gerne die Rübe unterschießen, aber ich, ähm, kann das ab, äh, wie bist du da am Pipi machen, alter, der, das ist schönes, klares Wasser, da kannst du nicht einfach an Schiffen, alter, so müssen wir Pferde fallen, äh, ja, Moment, äh, ja, ist ja schon gut, so, ich nehme mal das Pferdchen hier, ja, alter, mal deine verkackte Frist, die, alter, ich, äh, wo ist jetzt der Bruder, äh, blöd, ja, los jetzt, oh, alter, du willst hier nicht auf, es zu hetzen, ne, denn schieß ich dein Gaul, äh, na, das mache ich natürlich nicht, so, ein bisschen galoppel, popopel, so, schön hier, mhm, okay, da ist der Stern auf jeden Fall am Leuchten, oh, was denn da, äh, okay, das ist, das ist so, wir müssen uns wohl trennen, da ist die Ische, rette du William, ich folge dem Mädchen, wir treffen uns beim Marken, oh, scheiße, ganz viel, ich mach jetzt nicht, Thomas, nach links, los, 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 äh, äh, okay, 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 erwischt, 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 muss ich die Lücke hier hin, oder, wo, äh, ach du scheiße, wo, 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 wo ballern die, hilft dein Bruder, sonst stirbt der, ja, aber wo, wo muss ich hin, äh, okay, Mission fehlgestanden, William wurde getötet, okay, versuchen wir mal, William, ist natürlich wichtig, den brauchen wir noch, und ich weiß nicht wofür, aber okay, äh, ach, jetzt kommt der, das hier nochmal, okay, nein, wir wissen ja schon, wo wir hin müssen, der pipit hier ins Wasser, okay, so, hier ist unser Pferd, ja, okay, so, Verwendung nicht möglich, dann ist das wahrscheinlich unser, hier, schön, Black Beauty, aufsteigen, genau, hinterher, wir laden nochmal ganz kurz nach, äh, das ist voll, ja, das ist voll, aber wenig Muni haben wir nur, ne, verdammte Scheiße, ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen, meine Freunde, müssen wir auf jeden Fall, William hinterher, müssen wir da reiten, oder was müssen wir da machen, okay, okay, also, William, 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 ah, links, wir müssen uns wohl trennen, okay, rette du William, ich folge dem Mädchen, wir treffen uns beim Wagen, okay, dann, 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 enttäusch mich jetzt nicht, Thomas, dann gehen wir mal links lang, wir sind ja eben, ja, ja, ich gehe ja schon, 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 aber, äh, wo, wo jetzt hin, ach du Scheiße, ich hab mich schon wieder verlaufen, äh, William? William? Bin ich hier richtig? Wo, wo zum Geier ist der? Okay, erstmal absteigen, erstmal absteigen, so, wubti wubti. So, den haben wir schon mal erwischt. Okay. Okay. So, ihr, ihr hört mich ein bisschen beschweigsamer, den hab ich im Arsch geschossen, so, nochmal hinterher, ich so, ist das richtig, äh, okay. Problem ist, äh, die haben natürlich keine, keine Gewehre und, äh, auf jeden Fall haben sie Geld dabei, das ist schon mal schön. Okay, hab ich erwischt, das finde ich gut. Wo ist William? Äh, so, hast du auch Geld dabei, das ist nett von dir. Ja, es hat nicht geklimpert. Ach, da ist er, Gott sei Dank, wir haben ihn gerettet, äh, William, geht's dir gut? Gott sei Dank. Ich bin weggelaufen, hab sie allein gelassen. Thomas findet sie schon. Ja, genau. Wir treffen uns beim Wagen. Bleib bei mir und tu, was ich dir sage, schnell! Ja, genau. Diesmal wirklich, sonst gibt's geschmiert, Alter, äh. Folge mir. Bleib dran. Kaum noch Muni. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Äh. So, hat denn hier irgendwo noch einer? Okay, da war ein Checkpoint. Ich brauche Gewehrmunition, wo muss ich hin? Okay. 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 Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Wie bist du? Ich kann mich auch verlaufen, wenn ich eine Karte habe. Äh. Okay. Können wir hier noch mal ein bisschen plündern. Haben wir noch gar nicht gemacht. Oh, es ist ein Gewehr. Es ist ein Gewehr. Es ist ein Gewehr. Es ist ein Gewehr. Es ist kein Gewehr. Wenig Munition. Ich weiß. Aber, hm. William, ich hab mich verlaufen. Ich kenne den Weg nicht. Äh. Hopps. So. Hopps. Wieso komme ich da nicht hoch? O. Mann. Äh. Hopps. Genau so. Ein paar Blümchen pflücken hier, ne? Schöne Blumen. Frische Blumen. Können wir hier aufsteigen? Wo ist jetzt der Bruder? Können wir den mitnehmen? Komm. Können wir den nicht mitnehmen? Hier, William, aufsteigen. Ich würde nicht wissen, wo ich hin muss. So, sieht gut aus. Kommt er, kommt er. Ja, er kommt, das ist gut. So, wer kommt, kriegt geschmiert. Ich meine, wer hier antanzt und... Ihr wisst, was ich meine, ne? Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich glaube, hier in der Sternzeit... Verdammte Diebe! Was ist passiert? Die Rothäuter haben den Wagen. Komm, weiter! Und Thomas? Wir sollten hier auf ihn warten. Wir haben keine Zeit. Wir werden sie schon finden. Komm, William. Findet Thomas und Marissa beschützt, William. Ähm, William, könntest du jetzt bitte mal hier auf das Pferd klettern, Alter? Ich, äh... Moment, ich muss mal ganz gut absteigen. Scheiße, ey, keine Gewehrmunition. Ich brauche Gewehrmunition. Wir ran mal ganz kurz hierhin. Gibt es hier noch vielleicht ein bisschen Gewehrmunition? Das sind noch viele Indianer-Pferde? Lass William nicht zurück. Scheiße, Mann! Ah, es war voll schwer ohne Munition. Lass William nicht zurück. Na gut, okay, William. Äh, denn... Wo müssen wir denn hin? Alter, kommst du? Okay, wir müssen, glaube ich, in die Richtung. Wieder hoch. Ist das richtig? Okay, wir stellen nochmal ab. Müssen wir hier hin? Weiß es gar nicht. Kommt denn der Klinge jetzt mit? Versteck dich! Der hängt am Pferd fest. Okay, aber er kommt mit. Äh, wo häng ich denn jetzt hier? Was? Äh, verdammte Scheiße! Komm, hopps da drauf, Alter! Ah, Mann! Ich, äh... Ich, äh... Verdammte Scheiße hier. Komm, hopps! Hopps! Äh, hopps! Hopps! Wieso geht das jetzt hier nicht? Okay, äh... Okay. So, das sieht schon mal gut aus, aber... Wer, wie, wie, wie... Wer schießt hier? Hab ich den erwischt? Das war noch einer. Okay. Wir sind ganz fügel. so ihr seht ein bisschen schweigsam weil ich muss hier gerade mal ein bisschen mich konzentrieren da ist noch und dann kommt jetzt hier hoch okay ich bin oben weil der racer doch ein bisschen so eine pussy was das angeht das hoch ist es william wo ist der kleine hallo okay da kommt da erscheint anscheinend zu kommen ok ok das ist weitergehen ok cool wo ist denn der kürze jetzt ist er da ist er da hallo william einmal diese kleinen brüder ist unglaublich wir müssen doch ist wenn die jetzt gleich wieder sagen dass den bruder nicht zurück der krieger aber ihr mittelschwere krise macht freunde könnte überall in jahre könnten auftauchen man hört sich nicht versteckt ich habe wohl heute sind die alle hinter den felsen verdammte axt so der war jetzt aber endlich weg los weiter ich habe kaum noch muni verdammte scheiße ihr jungs hier hier kein geld keine muni was das für ein scheiß hier lohnt sich ja gar nicht mit den indianern das voll kacke ohne munition ich hoffe nur der kurze kommt hinterher ok kommen wir jetzt hier hin ein bisschen schleichen hier noch von baum zu baum rennen wir jetzt mal hier ein bisschen oh nicht gegen die wand rennen ok so dass sie stehen kann sein das musste nicht im moment braucht hoher ist mich und ray um sicher hier rauszukommen aber du weißt doch dass ich dich beschütze ich denke sie hat schon einen guten beschützer ich habe doch gesagt du sollst mich nicht enttäuschen was machst du hier und nicht beim wagen den wagen haben sich die komanschen geholt also können wir zurück zu mendoza gehen ja aber wozu wegen der gewehre die apachen geben uns das medaillon dafür weißt du noch diese gewehre die gewehre die wir nicht haben gehen wir ok wenig munition scheiße gibt auf jeden fall ein checkpoint ich moment ok ja da droht sich ja schon wieder was anzubahnen von wegen der gute rater tom ist ja gewahrt noch eine ische und das ist ja schon sehr verdächtig aus schöner schatz hier mussten ja zugegeben aber 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 dafür einen bruder töten ich weiß nicht dass er doch noch hatte gemacht ich brauche vor allen dingen erstmal munition weil die wiener es wird ja auch noch dunkel ich hab Angst im dunkeln wenig munition ja das muss mir nicht immer da unterschreiben ich weiß dass was 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 ich hoffe nur der 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 thomas hat genug munition ok 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 bulletin mal gucken ob das das bringt ok einer verdammt sonst keiner ja wenig munition ist es echt scheiße und die haben auch keine keine gewehre dabei ich ich brauche munition ich bin nicht sicher ob du mich auch gemeint hast wir haben noch zwölf nur 16 Schuss es darf nicht wahr sein ok kommen die noch alle hinterher hier die kamen wo ist William wird wohl schon am Start sein ich denke mal da ist er dann ist okay ähm ja wenig munition ich weiß ich weiß ich weiß ups so ok das ist eine Gettländer hm eine Gettländer das ist woher es hör auf zu schießen wir sind es wo 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 äh jungs wir sind's hallo äh oh sind das nun äh Patronen Patronen oh Gewehr Munition cool cool äh brauchten wir aber auch absolut dringend ey ich dachte ihr werdet tot genau wie meine Männer ja ihr beiden seid echt zäh schon das zweite mal dass ihr meine Marisa rettet und ich euch für Comanchen halte naja Pennalu wo ist mein Wagen den haben die Comanchen vielleicht lassen sie uns jetzt in Ruhe hör zu mein Freund danke dass ihr meine Frau gerettet habt aber jetzt mussten wir den Wagen finden mussten wir darauf befinden sich 100 Gewehre ich denk 300 verdammt weit können sie nicht gekommen sein auf die Pferde Amigos zumindest werden sie wohl kaum versuchen ihre Spuren zu beseitigen so meine lieben Leute wir haben jetzt hier diverse Aufgaben vor uns und äh wir müssen den Wagen bergen die verbleibenden 100 Gewehre klar machen aber äh meine lieben Leute ich äh würde sagen das machen wir der nächsten Folge ich sage vielen vielen dank fürs zuschauen und hoffe ja dass das ganze hier ein bisschen Spaß gemacht hat war ziemlich anstrengend heute und aufregend ich äh ja ich habe wahrscheinlich ich weiß auch nicht ich sage auch wieder mal vielen dank und verbleibe wie gerade in diesem Sinne ab in die Rinde liebe Leute das Spiel Kid 45 sagt Ciao Ciao es ist das Kid shit so ich habe sogar Sociales ~~~~ je eine